Es sind die kleinen Leute, die die scheiße Schultern. Wir brauchen natürlich einmal bezahlbare Wohnungen mit Mieten, aber wir brauchen natürlich auch viele neue Wohnungen. Berlin wächst nach und nach und da führt kein Weg dran vorbei, dass es ein staatliches soziales Wohnungsbauprogramm geben muss. Ganz schön viel! Berlinard Berlin 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 Berlin